Das ist wieder nett. Was glaubt du? Danke. Sag mal, Rasha, hat mir schon mal jemand gesagt, dass du ein echt guter Bauchreber bist? Nein. Dann frag dich nur, warum. Was frag ich? Ich bin jetzt ganz klar, ich bin jetzt nicht zu Hause. Ich bin jetzt nicht zu Hause. Ich bin jetzt nicht zu Hause.